Ich begrüße euch zu meinem 21. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Politikergehälter. Wenn man die Bevölkerung fragen würde, so wäre wahrscheinlich die meisten Bürger der Ansicht, dass Politiker überbezahlt sind. Manche Bürger haben aber auch die fälschliche Auffassung, dass dies so ist, weil sie der Ansicht sind, dass Politiker nicht arbeiten würden. Diese Ansicht ist bei den Strukturen in deutschen Parlamenten jedoch eine Fehleinschätzung. Die meiste Arbeit findet nicht im Plenarsaal, sondern in den Ausschüssen statt. Somit kann man sagen, dass die Begründung der mangelnden Arbeit nicht zutreffend ist. Anders als bei anderen Berufen entscheiden jedoch die Gehaltsempfänger in der Politik, also die Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen, über deren Höhe selber. Diese erwirtschaften aber nicht ihr Einkommen, sondern werden aus Steuergeldern finanziert. Ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i. In Gemeindevertretungen, Stadtparlamenten und Kreistagen bekommen die politischen Vertreter eine Aufwandsentschädigung. Es handelt sich hier um eine ehrenamtliche Tätigkeit. In Landtagen und im Bundestag hingegen verdienen die Abgeordneten erheblich mehr als der durchschnittliche Bürger. Wo dem Bürger von gleichbleibenden Löhnen und Gehältern immer mehr Steuern genommen werden, so sehen momentan bereits Automatismen eine stetige Erhöhung der Politikergehälter vor. Dieses darf aus meiner Sicht nicht sein. Die entscheidende Frage liegt in der Perspektive. Ein durchschnittlicher und arbeitender Bürger kommt in ein politisches Amt, in ein Parlament. Er ist es gewohnt, mit seinem normalen Einkommen auskommen zu müssen. Er kennt die Lebenswirklichkeit der Gesellschaft. Ab seinem Einzug in dieses Parlament erhält er plötzlich dieses stetig wachsende und weit über dem Durchschnitt liegende Gehalt ausbezahlt. Dieser Bürger geht mit den besten Absichten und Idealen in das Parlament, um für die Bürger, die ihn gewählt haben, das Leben zu verbessern. Wann kippt aber die Perspektive in unserer schnelllebigen Zeit, bis dieser Politiker nur noch bemüht ist, den neuen, höheren Lebensstandard zu erhalten und sieht nicht mehr die Lebenswirklichkeit der Bürger, dem er sich verpflichtet fühlen sollte? Wie soll jemand, der zu lange nicht mehr in derselben Lebenswirklichkeit lebt, wie die, die man vertreten soll, Entscheidungen zu deren Vorteil treffen? Ich denke, dass spätestens nach zwei Legislaturperioden, das sind in Parlamenten acht bis zehn Jahre, die Gewöhnung an das unbeschwerte neue Leben so zum Lebensalltag wurde, dass die gesellschaftliche Lebenswirklichkeit fremd wurde. Das ist mit einer der Gründe für die Vielzahl der Fehlentscheidungen in der Politik der vergangenen 35 Jahre. Da sich amtierende Politiker durch gefestigte Strukturen und Lobbyverbindungen bereits sehr schwer tun, eine Amtszeitbegrenzung zu akzeptieren, abgesehen davon, dass viele wegen mangelnder Ausbildung und Berufserfahrung außerhalb der Politik nicht mehr in der Lage sind, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, muss an der einzigen möglichen Stellschraube gedreht werden, dem Gehalt. Ein Video zum Thema Lobbyismus findest du oben unter dem i. Wenn jemand die Politik zu seinem Beruf macht, so ist es natürlich legitim, dass diese Politiker auch so vergütet werden, dass sie ihren Lebensunterhalt bezahlen können. Haben diese Abgeordneten Positionen, in denen sie entsprechend höhere Verantwortung tragen, so soll die Vergütung auch nach oben angepasst werden. Arbeit, egal ob in der Wirtschaft oder in der Politik, Arbeit muss sich lohnen und muss fair entsprechend der erbrachten Leistungen erfolgen. Ein Video über Arbeit und Soziales findest du oben unter dem i. Selbstverständlich müssen auch Kosten gedeckt sein, welche für die Ausführung seiner parlamentarischen Tätigkeit anfallen. In der Wirtschaft kümmert sich da ein Arbeitgeber drum. Insgesamt bin ich der Ansicht, damit ein Abgeordneter die Lebenswirklichkeit derer, die er vertritt, nicht verliert, darf das Einkommen nicht über dem Bundesdurchschnitt liegen. Wobei der Bundesdurchschnitt, welcher in Deutschland momentan bei brutto 4.898 Euro liegt im Monat, sollte schon den höchsten Positionen wie Präsident und Kanzler vorbehalten sein, entsprechend der Verantwortung eines Mandats entsprechend weniger. Das würde dazu führen, dass sich für diesen Beruf nur noch Personen bereit erklären, die mit Idealen etwas positiv verändern wollen und nicht nur des Geldes wegen in die Politik einsteigen wollen. Lieber würde ich es sehen, dass wie es für selbstständige Unternehmer üblich ist, auch die Leistungsorientierung bei der Bezahlung von Politikern Einzug gewinnen würde. Führt ein Unternehmer seine Firma in eine Insolvenz, muss er dafür haften. Unabhängig davon, was ein Abgeordneter tatsächlich an Leistung bringt, sind ihm seine Gehälter sicher. Fair wäre da tatsächlich, wenn man die vielen leeren Sitze im Plenarsaal sieht, wenn Politiker entsprechend ihres Einsatzes entlohnt würden. Ich war immer ein Freund von leistungsorientierter Entlohnung. Wie viel jemand für einen eingebrachten Antrag oder Gesetzentwurf bekommt, wie viel für die Teilnahme an Plenarsitzungen oder Ausschüssen, wie viel für Pressekonferenzen, Fraktionssitzungen, Konferenzen, Vorträge oder welche auch noch so vorkommende Arbeit muss natürlich festgelegt werden. Leistungsorientierung würde auch dazu führen, dass keine Entscheidungen im Plenarsaal getroffen werden, wenn die Hälfte der Abgeordneten oder mehr nicht anwesend sind. Das zeigt im Übrigen den Grund, wieso eine leistungsorientierte Entlohnung auch in der Wirtschaft immer von mir vorgezogen wird. In einem Büro sitzen fünf Angestellte, einer arbeitet, einer arbeitet ein bisschen, drei sitzen einfach nur rum. Das Unfaire an der Konstellation ist, dass alle fünf denselben Verdienst haben, sprich, dasselbe ausgezahlt bekommen. Ob nun leistungsorientiert oder fest vergütet, die Höhe sollte der Lebenswirklichkeit der Bürger entsprechend, um die Perspektive zu bewahren. Außerdem muss der Anreiz, sich in ein politisches Amt wählen zu lassen, die politischen Ziele und der Wunsch etwas zu verbessern sein und nicht eine höhere Vergütung. Bei einer Leistungsorientierung halte ich es auch für legitim, wenn der Verdienst etwas höher ist. Bei einem Festeinkommen muss drastisch gekürzt werden. Es darf nicht sein, dass sich jemand in einer Anwesenheitsliste für eine Plenarsitzung einschreibt, tatsächlich jedoch nicht anwesend ist. Solche Single sind durch die Aufzeichnungen von Plenarsitzungen nachzuverfolgen und sollten entsprechend sanktioniert werden. Wie bereits erwähnt, hier werden Steuergelder ausgegeben. Wer sich einsetzt und viel tut und entsprechend Verantwortung übernimmt, soll auch gut verdienen. Wer weniger Einsatz bringt, entsprechend weniger und wer nichts tut, muss finanziell sogar leer ausgehen. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Korneld Korneld